In einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man diese wunderschöne Aufgabe hier, die mir ein Student zugeschickt hat, vielen Dank nochmal dafür, mithilfe der Zweigstromanalyse lösen kann. Ich habe hier ein bisschen die schon vorhandene Lösung des Studenten diskutiert, das Gleichungssystem, was an sich schon mal prinzipiell irgendwie richtig aufgestellt war, ein bisschen anders geordnet nach bekannten und unbekannten Größen und das dann, jetzt muss ich das passende Fensterchen suchen, im Hintergrund mit Octave gelöst, mit einfach Matrizenrechnung dort und da kam dann eine Lösung raus, die sah so aus, da stecken jetzt die unbekannten Zweigströme drin, so wie sie hier stehen und dann eine unbekannte Spannung, die hier über dieser Stromquelle in dieser Schaltung abfällt. Und um jetzt mal eine Probe zu machen, ob diese Lösung denn stimmt, möchte ich in diesem Video zeigen, wie man das Ganze in LTSpice simulieren kann. LTSpice ist so ein Netzwerksimulator, den kann man sich früher bei Linear Technology, deswegen heißt er auch LTSpice und jetzt aber bei Analog Devices runterladen. Das muss man einfach mal nach googeln und das ist Freeware, leider nicht Open Source, also man kann ja nicht reinschauen, wie das funktioniert, aber man kann es zumindest frei und kostenlos benutzen, auch für kommerzielle Zwecke, aber natürlich auch im Studium. Ein paar Tutorials und so gibt es ja auch auf der Webseite und ich habe das Programm hier schon mal im Hintergrund gestartet. Das sieht dann in der Startoberfläche, zumindest in der Version, die ich hier benutze. Ich glaube, die ganz aktuelle Version sieht ein bisschen anders aus schon, aber ja, letztendlich ist es mit diesem Simulationsnetzwerksimulationsprogramm so ein bisschen so. Kennt man eins, kennt man alle. Also hier klicke ich jetzt auf New Schematic, dann kriege ich einen schönen grauen Hintergrund und baue jetzt einfach mal diese Schaltung nach. Die Widerstände, die finde ich hier, das ist der Widerstand R1, den baue ich jetzt mal auch so ein, weil ich weiß, dass jetzt Strom, das ist noch ein bisschen a priori Wissen, dass jetzt der Strom, der da durchfließt, nach oben fließend gezählt wird. So, dann haben wir hier drüben den Widerstand R2, da soll der Strom auch nach oben durchfließen. Dann gibt es diesen Widerstand R3 mit STRG R auf der Tastatur. Das steht auch, ja, das steht auch hier unten links in der Ecke. Also da steht CTRL R to Rotate, aber dann zoomt und scrollt dieses Fensterchen auch mit Space auf der Tastatur kann man wieder seine ursprüngliche Schaltung finden. Also mit CTRL R kann ich das drehen, dann weiß ich jetzt auch, der Strom zeigt nach rechts, wird nach rechts positiv gezählt. So, wenn ich das nochmal drehe, zeigt der Strom nach unten, das ist auch gut für den Widerstand R4, den packe ich mal hier hin. Dann, wenn ich nochmal drehe, zeigt der Strom nach links, das ist gut für den Widerstand R5. Und wenn ich jetzt nochmal zweimal drehe, 90 Grad, 180 Grad, dann sollte der Strom wieder nach rechts zeigen. Das sieht man in der Schaltung leider nicht so richtig an. In welche Richtung hier die positiven Ströme gezählt werden, aber egal. So, dann brauche ich eine Spannungsquelle, die finde ich hier unter Component, die heißt Voltet. Und packe die hier unten hin. Und dann brauche ich noch eine Stromquelle, die finde ich hier auch, die heißt dementsprechend natürlich Current. Und die soll ja Strom nach oben zeigen lassen, also, oder nach oben fließen lassen, also muss ich die auch mit CTRL R zweimal drehen und packe die da hin. Dann kann ich mit diesem Wire Tool hier alles zusammen verdrahten. Das mache ich mal erstmal so außen ringsherum in der Masche. Und wenn man dann das vernünftig anschließt, die Bauelemente, dann sieht man auch, wie diese Lötpunkte verschwinden und wie hier praktisch neue Lötpunkte erscheinen und entstehen. Und so ganz symmetrisch habe ich das jetzt hier nicht gebaut, aber das passt schon so in etwa. So, und jetzt brauchen diese ganzen Widerstände und Bauelemente natürlich noch einen Wert. Den kann man eingeben, wenn man mit der rechten Maustaste, mit der alternativen Maustaste da drauf klickt. Man muss aufpassen, dass man nicht hier drauf klickt, dann ändert man nämlich den Namen, sondern, also wenn dann auf dem Widerstand oder auf den Wert hier. Das sollen 30 Ohm sein und die anderen, die hier unten sind, haben alle den Wert 10 Ohm. So, und dann soll die Quelle hier 40 Volt als Quellspannung haben und die soll einen Ampere haben. Jetzt könnte man eigentlich schon auf simulieren klicken. Ich kann das ja mal machen. Das geht mit diesem kleinen Run-Männchen hier oder dieser Person. Und das, was wir jetzt simulieren wollen, ist ein Gleichspannungs-Gleichstrom-Arbeitspunkt. Den findet man hier bei DC Operating Point. Und dann kommt erst mal eine Fehlermeldung, die sagt, ja, hier, diese Schaltung, die ist ja schon ganz nett, aber die hat noch keine leitfähige Verbindung zur Masse zu Ground. Und wir sollen bitte einen Knoten als Masseknoten kennzeichnen. Und diesen Masseknoten, ich klicke nochmal Space, den findet man jetzt hier oben. Und den schließe ich mal einfach hier unten an. Und also an diesen Knoten 4. Naja, und warum braucht man den? Weil im Hintergrund hier jetzt sowas wie eine Knotenspannungsanalyse oder eigentlich eine modifizierte Knotenspannungsanalyse abläuft. Und die braucht eben einen Bezugsknoten. Und das hier ist jetzt genau dieser Bezugsknoten. Das sieht man auch wieder hier unten in dieser Ecke. Ja, this is Ground. Und die ganzen anderen Knoten, die wurden jetzt im Hintergrund automatisch durchnummeriert. Also das ist der Knoten 1. Das ist der Knoten 3. Das ist der Knoten 2. Ist jetzt ein bisschen anders, als das hier drüben der Fall ist. In der eigentlichen Schaltung. Also man könnte denen jetzt auch feste Namen geben, indem man hier oben mit dem Label so einen Namen einstellt. Aber letztendlich interessiert uns die Knotennummer ja nicht. Wir wollen ja auf die Ströme schauen, ob die Ströme denn funktionieren. Und also wir würden auf jeden Fall hier auch, das ist der Knoten 5. Die Spannung an diesem Knoten 5, bezogen auf diesen Bezugsknoten hier unten, das sollte auch genau unsere unbekannte Spannung UQ2 sein. Und damit klicke ich jetzt nochmal einfach auf Run. Und dann sollte ein Feld kommen mit einem Ergebnis. Und das muss ich jetzt mal geschickt irgendwie hier so hinschieben. Ich lasse das mal hier so. Und ich schiebe mal das, ich suche mal das Octave-Fensterchen. Das ist hier. Und schiebe mal das Octave-Fenster hier zur Seite rüber und mache das mal ein bisschen kleiner. Und dann kann ich das hier nämlich, glaube ich, relativ gut daneben schieben. Und dann können wir schauen, ob das passt. Also die Ströme sind hier ein bisschen unkonventionell geordnet. Aber wir haben einen Strom IA1. Tja, und jetzt ist die große Frage, warum ist der negativ? Also der hat auf jeden Fall schon mal den gleichen Zahlenwert. Das ist total gut. Aber der ist negativ. Jetzt kann natürlich sein, dass ich alle meine Widerstände genau falsch rum reingebaut habe. Das werden wir gleich mal sehen. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick, so wie man das irgendwie machen kann. So, also, ja, behalten wir es mal dabei. Also der Zahlenwert hier passt, ist aber hat genau das gleiche, das falsche Vorzeichen. Der Zahlenwert passt auch, hat auch genau das falsche Vorzeichen. Der Zahlenwert passt auch, hat aber auch genau das falsche Vorzeichen. Der Zahlenwert passt auch bis auf das Vorzeichen. Der Zahlenwert passt auch bis auf das Vorzeichen. Und hier ist die gesuchte Spannung an dem Knoten 5. Die passt eben auch. Die hat interessanterweise das richtige Vorzeichen. Okay, also ich vermute, dass meine Widerstände einfach alle komplett einmal falschrum eingebaut sind. Leider zeigt das hier nicht so richtig an. Also wenn man wieder hier unten in diese Ecke guckt, dann steht da eben, ja, was da für Strom fließt und was da für Leistung umgesetzt wird. Also diese Leistung, die laut Aufgabe gesucht ist oder gesucht war, die finden wir ja auch schon mal 48,75 Watt. Und also meines Erachtens sind die auch positiv oder also die sind so zu sehen, wie die, die, die kommen eben aus der Quelle raus. Ja, also weil Spannung hier war ja positiv. Spannungsfall und Stromfall zeigen in Gegensätze Richtung. Die Quelle gibt Leistung ab. Genau wie diese Quelle Leistung abgibt. Also hier ist ja auch die Dissipation negativ. Macht ja auch Sinn. Also Dissipation ist ja sowas wie, was die, was die Quelle umsetzt. Und wenn die negativ ist, dann gibt die eben was ab. So, also 48,75 Watt. Wie kriegt man das jetzt raus? Also ich klicke mal hier auf Edit Simulation Command und klicke mal auf Transient und mache mal, wir simulieren jetzt einfach mal eine Sekunde lang im Zeitbereich, so wie wenn das, wenn man eine transiente Simulation machen würde mit zeitabhängigen Größen, auch wenn hier natürlich nichts zeitabhängig ist. Dann klicke ich das mal hier so hin. Dann geht dieses OP weg. Dafür steht jetzt Transient über eine Sekunde. Und jetzt kommen nämlich Stromzangen. Und jetzt sehen wir, okay, der Strom hier zeigt nach unten. Der Strom zeigt nach oben. Der zeigt nach unten. Also jetzt muss ich noch mal kurz schauen, ob das denn jetzt hier so richtig ist. Der Strom sollte auf jeden Fall nach oben zeigen. Der sollte nach unten zeigen. Der sollte auch nach oben zeigen. Ja, die Widerstände sind einfach leider alle komplett. Also ich habe mich am Ende komplett vertan. Die sind alle einmal komplett falsch rum eingebaut. Das kriegt man jetzt relativ schnell gelöst, indem man dieses Hand Symbol hier benutzt. Und mit diesem Hand Symbol. Ne, das war genau das falsche Hand Symbol. Dann muss es das hier sein. Genau. Also mit dem kann man die rausklicken. Und jetzt kann ich die mit STRG R nochmal um 180 Grad drehen. Das mache ich jetzt einfach für jeden Widerstand. Und baue die wieder genau rein an der gleichen Stelle. Und dann kontrolliere ich das nochmal mit der Stromzange, ob die Richtung stimmt. Und das ist genau so ein, tja, Bullshit in, Bullshit out. Muss man wissen, Ding, wie rum diese Widerstände gezählt werden. Also ich klicke einfach nochmal auf simulieren. Und dann sehe ich, also hier fließt jetzt der Strom nach oben. Hier fließt der Strom nach unten. Hier fließt der Strom nach oben. Also genauso, wie das jetzt hier auch in meiner Schaltung ist. Hier fließt, wo ist mein Mauszeiger hin? Hier fließt der Strom zur Mitte und zur Mitte und hier fließt der nach rechts. Und wenn ich jetzt mal das Fensterchen wieder zumache, das Fenster groß mache, nochmal Space drücke und wieder mein Simulationskommando auf diesen Gleichsparungsarbeitspunkt ändere. Bis jetzt hat der auch irgendwie ein OP1 bekommen. Das erscheint mir nicht so wahnsinnig sinnvoll. So, dann kriege ich jetzt, naja, natürlich die gleiche Bannung raus hier oben. Ja, an der habe ich ja nichts geändert. Aber die Widerstände habe ich alle gedreht. Und damit dreht sich einmal die Richtung des Stromes. Und damit, Octave-Fensterchen suchen, damit passt das jetzt, also wie gesagt, bis auf die etwas unkonventionelle Sortierung hier, ich weiß nicht, wie die zustande kommt, passt das eben auch. Das ist der erste Strom, den sehe ich hier oben. Das ist der dritte Zweigstrom, der zweite unbekannte Zweigstrom, den sehe ich hier. Das ist der vierte Zweigstrom, das ist der fünfte Zweigstrom und so weiter und so fort. Das passt alles. Also die Lösung vorher per Zweigstromanalyse. Die war auf jeden Fall richtig, wie diese kleine Probe hier in LTSpice zeigt. Das ist der vierte Zweigstrom, das ist der vierte Zweigstrom und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter.